Fuck! Rainbow Six! Rainbow Six! Was? Rainbow Six? Was ist Rainbow Six? Ich glaub wir spielen Rainbow Six! Da kommt einer von der Seite! Ja, spielst du Rainbow Six? Hallo und herzlich Willkommen zu einem Special auf dem Kanal C-Mox. Aus den letzten 99 Folgen Rainbow Best Moments haben wir unsere Highlights rausgepickt und 6 Special Videos erstellt. Wir hören dich immer noch! Ich hab den Schwanz aus dem Mund! Viel Spaß an Video Nummer 1! Alles klar, ich nehm gerne den Schwanz aus dem Mund! Boah, mich sieht das aber Spray, also das fand ich jetzt echt nicht geil, ne? Boah, 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 boah! Einer ist verletzt! Jetzt schon? Ja! Achso, du bist ja... Ich hab ihn nicht komplett getroffen! Da, da guckt auch noch einer, der ist einmal am... Nein! Ach... Really? Wo? Im Raum... Aber einer lag verletzt am Boden, keine Ahnung. Wo warst du woher? Einer geht hin! Ich war auf dem Turm draußen! Okay, der erste ist down! Der zweite ist down! Und der zweite ist down! Ja komm, wir... Wir... Aber das ist noch... Aber das ist noch Frost in der Ecke! Das ist noch Frost in der Ecke! Ja, es ist für mich bekommen, du hast irgendwie einen Unbewusst! Hä? Das ist ein bisschen schier! Wer hat mich einfach... Da hinten im Kämpfer raus! Ich war in den Ecke! Das war knapp! Verletzungsassist! Äh, kurz nach... Okay! Ja, ich bin hier ein bisschen gefangen, ne? Ich... 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 Mal Auto rein! Mein Auto ist auf dem Dach! Äh, nächstes Dach! Ich muss kurz runter! Ich muss eine runter aus jetzt, meine Jungs! Ah! Mann! Das war fast das Eis gewesen! Das Eis? Ja, fast das Eis! Kann man sagen, was ist das Eis? Der letzte... Letzte war nämlich, ähm... Im Shirt! Ey, Juli, darf Mitspieler am Handy! Oh ja, komm, wir spielen unten! Komm, wir verbinden unsere Gameboys mit dem Gabel! Die können wir zusammenspielen! Krass! Ey, sag mal! Wir sind jetzt verbunden! Sag mal, sag mal, hast du Adi das Verputzi gefangen? Gib das mal! Ich geb dir ein... Nein! Ich geb dir ein Pikachu! Nein, Pikachu hab ich schon! Was? Pikachu hab ich schon! Oh, Pikachu hab ich schon! Warte, ich guck mal, was ich noch so hab... Ich will dieses Feuerteil da! Ah, warte! Äh, Thermite? Ne, hab ich nicht! Nein, tut mir leid! Nein, nein, nein! Dann nehme ich Bandit! Äh, äh, was? Was? Ich hatt gern diesen Typ mit dem Blitzen da! Ach, Elektrik oder so wie das heißt? Ja, warte, ich guck mal! Ja, das hab ich sogar! Pikachu? Kann man das auch da, Chris? Du kannst auch aufhören! Und jetzt? Einer ist draußen! Draußen ist noch einer! Ja, Montana, glaub ich! Ne, ja, der Montana ist auch draußen! Also mehrere hat's! Okay, warte! Ja! Mann, das ist langweilig hier! Achtung! Hier, Tachanka! Zeug mal den Tachanka! Wo ist ich? Da ist Fuse! Hier! Wo ist hier? Ich mob den hier an! Warte, Tachanka! Warte! Wo? Hier! Was macht der, wenn er kommt? Warte! Hier! Na komm, Tchus! Von der Kamera hab ich die linke Tür aus! Ja, ich konnte den Typ nicht sehen! Äh, Kapitao ist auf ne Treppe! Ähm, Eingang! Die Kante so, der kommt, die guckt! Nice! Kapitao war auf ne Treppe! Der hat aber zwei Granaten und zwei seine Feuer rausgeschossen! Ich hab, ich hab Style und das Geld! Ich hab alles, was den Fotzen so gefällt! Ich hab, ich hab Style und das Geld! Ich hab, ich hab Style und das Geld! Ich hab alles, was den Fotzen so gefällt! Yeah! Ich hab das! Er ist mega nütz! Er hat doch ein Viertel Leben oder so! Ein Drittel! Mega nütz, ich weiß! Das war so ein richtiges Kopfschule und so. Einmal mit Trophis. Ich hab auch gar nicht gecheckt, dass der Ombau fließt. Und im Nebenraum vom Casino ist einer. Na toll, der rennt einfach rein und stirbt. Vollidiot. Da ist ein Schild drin. Ein bisschen schwierig die Runde. Nein! Ich war schon hinterm Container. Ah, ich bin verfolgt. Blackbeard. Nice Aim-Bot. Der Terrier ist euch genau gesehen. Ach, da ist der. Okay. Sag das doch. Da ist er. Das ist der Kahn. Ich lauf so. Ach, da. Lalalalalalalalalalalala. Das war hier grad irgendwie tanzen. Komm, wir tanzen eine Runde. Dann muss ich... Ich geh auf den Trip. So. Juli, bist du bald für eine Reise? Guck her, komm her, komm her. Beam me down. Wow! Habt ihr echt gut gemacht. Bravo! Hey Leute. Leute. Ihr seid scheiße. Ich hab keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Bravo, komm. Weil du ein kleines Pinder als das Stück scheiße bist. Okay, von wo sind wir schossen? Nice one, der Terrier. Nice one. Vorsicht, Wacker mit. Ich glaub im Erdgeschoss oder im ersten Stock ist einer. Reloading. Vorsicht, Wacker mit. Guck mal, der checkt links von dir. Ja, sag ich doch. Pass auf, Wacker, Matt. Okay. C4, C4, C4. Ja, Feste, ne? Der hat sofort das Spiel verlassen. Der hat sofort das Spiel verlassen. Der hat sofort Rage quillt einfach noch. Der hat sofort Rage quillt einfach noch. Ich hoffe, das hat irgendwer aufgenommen. Nein. Nee, der kriegt leider nicht. Nee, der kriegt leider nicht. Nee, der kriegt leider nicht. Der ist rechts im Raum. Der ist rechts im Raum. Rechts im Raum. In dem kleinen? Nein, aber im Raum drin. Ja, das, äh, das, äh. Ja, hat er gesehen. Ja, hat er gesehen. Hab ich nicht. Hey, ihr, ihr, ihr deckt mich mal mit. Ja, bestimmt nicht. Ja, da kommt, da kommt, da kommt, da kommt, da kommt. Ja, ich geh nicht. Ja, ich geh nicht. Nein, er streng sich selber in die Luft. Ich geh nicht. Was war das? Da hängt jetzt letztendlich. Ich geh nicht. Komm, ey, ey. Ich geh nicht. Komm, du hast, was die Fehler noch hängen. Und alles. Oh Mann. Alter, zehn. Ich beich da, das eh schon hier grad. Was? 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 Ich beich da, das eh schon hier grad. Das muss für die Nachleitung festgehalten werden, ey. Oh. How to zwei gegen fünf verlieren. Was? Alter, ist das irgendwie... Alter, dieser Mr.Criso. Guck dir den Killern an, okay? Guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Guck ihn dir an. Guck ihn dir einfach an. Hm, warum geht das denn nicht durch? Hm. Nochmal. Hm. Irgendwann ist der Schild kaputt. Irgendwie geht's ja nicht so, wie ich bedachte. Wir sind nicht der Angreifer, Juli. Buckel. Oh nein. Oh, wartet halt zu Ende. Ja, ich wacke die Türen zum anderem. Ich mach rechts um. Titt das Fenster. Okay, okay. Wir wollen hier immer noch mit, äh... Professionell Titt ans, an den Start gehen. Buckel. Ehh... Ich geh mit einem Pid these. Buckel. Schon besser. Buckel. 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 Ja, ich konnte noch nicht mehr aufstehen und bin schon down. Okay, ganz fair, ja. Ich wollte rennen. Da war? Ja. Da sind sogar zwei. Bei Q war als letztes unten. Au. Ja. Bitch. Macht ihr weiter Druck. Ich guck auf den Linken. Ich bin drei gegen vier, oder? Ich schieß es dir weg. Ich schieß es dir weg. Jetzt mobben wir mal die kleinen Kinder, wie sie damals von mir mal gemobbt wurden. Los, fies in den Kopf. Omnitron, Omnitron, die Treppe runter, die Treppe runter. Oh, Omnitron, Alter. Kann man eigentlich, wie kann man eigentlich bei so einem safeen Kill mir so einen Herzinfarkt geben? Ich wollte mal was ausprobieren. Ja, komm und hättest noch... Glass ist immer noch hier hinten. Ist doch nur Ranked. Ist ja nur Ranked. Komm, komm. Ist doch nur Ranked. Kein Problem, Leute. Was? Pizze, was? 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 So ein Affe, ne? Er bringt euch alle drei. Ach, Mann. Was war noch hier an der Seite? Nein, 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 nein! Ach du! Du Idiot! Was hast du gemacht? Warum? Ist das blöd? Wieso? Wieso? Was kannst du eigentlich machen? Wieso? Was ist los mit dir? Ich hab so viele schon Anime gepuckt. Ich würde fast sagen, jeden. Aber von denen hab ich noch nie gehört. Hat dir irgendwer einen Pikol gemacht? Nö. Ja. What the... Das ist immer von der Wand. Fetcher, 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 Fetcher. Ich brauch nicht. Wir brauchen unseren Fetcher jetzt. Wir brauchen unseren Fetcher jetzt. Oh, groß. Hier. Das war er. Das war ein Head-Up. Trotzdem war das ein guter Trick. Das ist ein Magic Trick Trick. Das ist der 360. Los, go. Ich weiß nicht wie er genau... Aber einfach nur hinter dem. Ja. Der 360, Turnabout, Lowscore, Headshot. Und Montagne, der in der Tür steht mit ausgefahrenem Schild. Von vorne, Eingang. Mach mir Glück. Wuh! Nein, komm, lass mal echt alle... Nee, komm, lass mal machen, wie Chris das will. Nein, da ist... Du könnt's aber mal versuchen. Jo. Das wird wahrscheinlich auch klappen. Das ist das Problem. Wir sind vier zu politisch hier. Wo sind die denn? Auf der Ebene hier. Leute, kommt mit mir. Los, Attacke. Ich bin jetzt rechts. Und dann links rein. Alle Schachneider werden wegrasiert. Hey, Digga, wo ist denn die Kamera? Wo ist das überhaupt? Wo ist das überhaupt? Das geht's hoch. Da hinter mir ist einer. Hoch, hoch, hoch. Geht. Digga, einer von hinten. Ja, Digga. Passt, ne? Einer von hinten ist Low. Granade. Wer macht's nicht? Wo? Einer von hinten, ne? Einer... Der ist Low. Der hat mich geheilt. Der hat mich geheilt. Der hat mich einfach geheilt. Letzter von hinten. Letzter von hinten. Der hat mich geheilt, der Team. Ja! Oh nein, ey. Willst du mich verarschen, dass er das gewinnt? Willst du mich verarschen? Der hat dich geheilt. Oh, meine Frau. Nein. Nein. Gris, hast du es aufgenommen? Warte, ich nehme es jetzt auf. Warte. Dankeschön. Oben, oben, oben. Oh. Ähm. Gris, ich glaube, du schaffst das. Granate! Schnell, 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 schnell. Das war Glück, würde ich sagen. Das meinte ich gerade, eben mit ZD sich nicht mehr schaffen. Aber ich würde sagen, hat das funktioniert. Keine... nichts zu machen. War das denn? War die offen? Nee. Und die war schlecht. Jetzt ist es bei mir. Alex! Die haben sich gebeten, Alter! Ey, was für ein Teasing! Scheiße! Was ist denn? Kommt rein, fliegt direkt wieder raus! Meine Fresse, das war geil! Das sah so geil aus! Oh, da ist ein Boing! ist er von Kratzen die Stdruck wo kommt er denn her ich habe sie nicht getragen er hat weil es in die Hand der hat die hat mich an sich an die Hand Das ist nicht gerade im Ernst gewesen. Ich hab plötzlich gemerkt, dass deiner war. Die haben Frost. Ach ja Alex, die haben Frost, ne? Wo? Ja und? Ja du laufst ja immer rein. Ne ich sag's nur. Ja wieso, letztens hab ich die abgeschossen, die Frostfalle. Trotzdem letztens. Immer in der Frostfalle. Hab ihn doch. Nice. Da ist noch einer. Wo oben irgendwo, der holt mich gleich locker von hinten. Nein, scheiße. Ja der holt doch von hinten. Alex, Alex. Ja was ist das denn hier? Äh äh Chris, weißt du. Wir sagen das doch so. Hä? Wir haben so ein Fully-View-Team, ne? Ich hab mit Lara Mausdachs den gedrückt, ne? Ich hab mit Lara Mausdachs den gedrückt, ne? Ich weiß es nicht immer. Ich wollte das Mausdach drücken, hab stattdessen gedreht. Ach komm schon. Was könnte hier eigentlich? Was? Guck dir mal drücken, ne? Ne, also ich war schon da. 1,5 Alex. 1,5. 1,5. Und das verlieren wir. Ich wollte das Mausdach drücken, ich drehen. Dann drück es doch auch. Ja, Mann. Das ist halt so. Das war meine Schuld, das war meine Schuld. Das war meine Schuld. Ja, hier ist alles. Kannst du nicht wieder Blitz nehmen? Ne, halt nicht. Machieren bringt 5 Punkte. Hey, übrigens, die haben wieder Fast. Boah, ich glaub irgendwann kriegt man keine Umfeld. damit markieren draußen was war das denn Jungs Dein Ernst Weg da Vixto Die Träume hat einfach auch Alter C.N.A.P Ich wollte die schon viel früher erschossen aber Alex ist ein bisschen hin und her gelaufen deswegen Alter ich hab die entdeckt ich hab die entdeckt Ich hab nur noch 10 HP übrigens Ja, aber Alex, warum läufst du weg? Du bist doch Montagne. Yes! Nice! Das ist nicht wahr. Das ist nicht. Nochmal, wir haben eine Runde, die wir quasi verloren haben. Gewonnen. Danke, Marcel. Ah, Chris nimmst du auf. Ähm. Alex? Ja, ich verweiß. Alex, hoch auf die Fenster bitte. Auf alle Fenster bitte. Nora. Da ist ein... Oh, jetzt ist offen. Wo denn? Da. Aber hier ist gemutet diesmal. Wer ist? Tirmat? Tirmat? Tirmat. 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 Tirmat ist weg. Du musst die Bahne doch. Ja, lass Tirmat das mal aufmachen. Ah! So. Ich hab das... Das war's. Der ist rausgefallen. Der ist gerade... Ich schieße gerade gegen den linken See. Rechts kommt, macht gerade einer auf. Ich wechse schnell zum rechten. Fetcher bitte noch ne Granate. Wohin? Nein. Nein. Das war der letzte. Ich hab eine vergeudet. Machst du auf Clemens? Ja. So. Ich hab nichts mehr zum Setschern. Da ist niemand drin. In der Garage ist halt einfach niemand. Auch im Geiselraum ist auch niemand. Sicher. Sicher. Nafer Call. Da ist keiner drin. Auf klar. Ne. Der ist da eben grad reingegangen. Okay. Das ist ein Lacker. Warte, ich mach hier auf. Clemens. Geh mal Feuer. Geh mal Feuer. Ja, ja. Ho, 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 ho. Spell drauf. Spell drauf. Aus. Oh, ho, ho. Okay. Ich muss explodieren. Ja. Ace. Ace. Nice. Alle Headshots. Alle. Alle fünf Headshots. Hab ich Sets? Mich, ich hab hier oben zugemacht, ne? Ja, ja. Ja, ich hab's jetzt. Okay, man kann nicht mehr durchkommen sehen. Okay, sehr gut. Bei mir ist sicher. Äh, Luma Films? Jupp. Man kann nicht durchkommen, aber man kann noch klicken. Hier versteckt mich lieber woanders. Vielleicht halt ein Zugrum oder so. Irgendwo wurde geöffnet. Hier passiert was. Hier passiert was. Du musst nur da hingucken. Wo? Ich bin ja echt Geschäft! noch einer was hat der chip denn gefust so macht man das alex ich pass auf irgendwo deine lese wird an der wand ein bisschen hat hat das nicht dass ich so offen bin du bist auf der treppe oder ja ich habe ich nicht von außen ja von meinem fenster direkt neben mir ich meine oben ist auch noch einer ich habe es nicht gesehen der letzte war gerade unten in dieser lobby so reißt man ein leute ich komme kapital ist auch um das Fenster im Hallway genau, Flash ich glaub die wollen reinkommen ja das ist ja schon da läuft was Frost get the fuck out you stupid sabacc geh weg geh weg links direkt 20 der letzte ist unten natürlich treff ich nicht der letzte ist bei Alex ich hab dich kein einziges Mal getroffen der Camo Hallway ist ab es hat euch spielen ich komm time expires schön Chris mhm sehr gut Ace? ja ja hat er ist ne Pistole? ja die geht zum Cockpit ich pisste auf die Gegner Mario kannst du dich mal bitte da runterlegen Mario sag einfach ja oder nein äh ja ach so das du Hurensohn so wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt klar Tanzverbot ist am Start die Achterwanne geht so ab die Stänze mit der Gänse klappt nicht oh mein Gott und du komm du 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 du